Wir sehen zwei Kämpfer, unterschiedlicher könnten sie kaum sein. Vom Masai-Chim in Wiesbaden, Ali Akbar Moussabi, ein Kämpfer wild, unorthodox, gewagt, wagt sich in komplexe Techniken hineinzuspringen, ein wirklich hochinteressanter, ihm gegenüber. Maxim Kalaschnikow, ein sicherer, etwas vorsichtiger, technisch unfassbar versierter, sehr orthodoxer Kämpfer. It's fight time, seven. All fights now on fight 24.